Ich kann ohne dich nicht leben. Ein junger Mann, 18 Jahre, sagt das zu seiner Freundin, die sich von ihm trennen will. Gesagt, getan, er springt aus dem zweiten Stock. Er landet furchtbar unsanft am Asphalt, wird schwer verletzt in das Spital gebracht und dort bedauert er, überlebt zu haben. Ich bin in diesem Spital als Psychiaterin tätig und ich begegne ihm. Er ist mehrfach schon operiert, seine Wirbelsäule ist stabilisiert, aber als Folge wird er gelähmt bleiben an den Beinen. Wie kommt es zu so einem Ereignis? Zu so einem Ereignis kommt es, wenn einer den anderen unter Druck setzt, von dem er abhängig ist. Ohne jemanden nicht leben zu können, gibt es eigentlich nicht, außer man erweitert sein gefühltes Selbst, könnte ich sagen, und nimmt noch jemanden hinein, sodass die Sehnsucht erfüllt ist, einander ganz gehören und nie etwas getrennt zusammen machen. Es ist das aus der Entwicklungspsychologie ein ganz frühes Stadium, Säugling, Mutter, vielleicht noch früher, Schwangerschaft im Bauch der Mutter, ganz umhüllt, immer zusammen, also nie getrennt. Es ist etwas, das manche Menschen im Leben so schwer lernen, auf sich selbst gestellt sein und getrennt vom Anderen sein. Was habe ich mit diesem jungen Mann nun gemacht? Ich habe mit ihm lange gesprochen, ich habe seine Ängste, seine Verlustangst thematisiert, wir haben das ausgesprochen, aber plötzlich eines Tages, während ich diesen jungen Mann behandle, betreue im Spital, ruft mich seine Freundin an, von der ich von ihm trennen wollte und sagt mir, wissen Sie, ich will mich eh nicht trennen von ihm, ich gehe, ich wollte mich zwar trennen, aber jetzt ist das Furchtbare passiert, ich gehe wieder zurück zu ihm. Und ich frage sie erstaunt, warum gehen sie jetzt zurück? Naja, ich halte das nicht aus, sagt sie. Ich habe solche Schuldgefühle und er tut mir ja so leid. Und jetzt muss man etwas sagen. Eine neuerliche Beziehung, die auf Mitleid und auf Schuldgefühlen beruht, bringt keinem der beiden was. Und das habe ich ihr auch gesagt. Das heißt, in solchen Beziehungen, in abhängigen Beziehungen, wo einer den anderen unter Druck setzt, nicht leben kann ohne ihn. Manchmal sind das auch zwei, aber dann ist es irgendwie leichter, weil zwei sich ja gar nicht trennen können. So, ich habe dich zum Fressen gern, du gehörst mir ganz. Ich kann ohne dich nicht. Kaum stirbt einer, kann der andere überhaupt nicht überleben mehr. Also das sind so Beziehungen, wo keiner wirklich im Leben allein mit beiden Beinen selbstsicher in sich stehen kann. Bei einem 18-Jährigen kann man das noch behandeln, kann das nachholen, kann das gewissermaßen erlernen im therapeutischen Rahmen. Wenn das ältere Menschen sind, die nicht ohne einander leben können, kommt es manchmal vor, dass einer dem anderen nachstirbt. Oder einer bringt sich um und der andere bringt sich dann auch um. Also so diese Nachfolgesuizide. Es wäre ganz wichtig, dass Menschen, von denen man weiß, dass sie abhängig sind und einem passiert was oder einer nimmt sich das Leben oder einer möchte sich trennen, dass man mit beiden spricht, wenn wer in der Familie oder von Freunden oder von Angehörigen das erfährt. Der langen Rede kurzer Sinn. Wie ist es weitergegangen mit meinem jungen Mann? Ich habe mit ihm lange weitergesprochen. Er ist Monate im Unfallspital gelegen, hat dann gelernt mit einem Rollstuhl zu fahren und war eigentlich lebensmüde. Er hat sehr bedauert, das was er gemacht hat. Noch mehr hat er bedauert, dass er überhaupt überlebt hat. Und auch bedauert hat er, dass die Beziehung trotzdem nicht zu retten war. Weil es war so ein bisschen seine Fantasie, dass er dadurch nämlich seine Beziehung retten könnte. Ich habe auch versucht ein bisschen zu beleuchten, woher diese Angst kommt. Woher diese Verlassenheitstrennungsangst kommt. Und wir sind schrittweise auf einen sehr guten Weg gekommen. Er hat allmählich annehmen können, seine Situation. Das geht natürlich mit Annehmen und Rückschritten und Bedauern. Und ist dann in ein Rehabzentrum gekommen, wo alle querschnittsgelähmt sind. Die einen können gar nicht frei atmen. Die anderen haben alle vier Extremitäten, also Arme und Beine gelähmt. Und natürlich auch Blase und Darm, aber auch das lässt sich reflexartig erlernen, die Entleerung. Und er war auch so offen und hat mir erzählt, er hat so panische Angst, dass er ausgegrenzt wird im Leben. Und wir haben weiterhin die Behandlung fortgesetzt, auch im Rehabzentrum. Und dann irgendwann ist er entlassen worden, hat gemeint, er kommt jetzt selbst zurecht. Und hat sich bedankt bei mir. Ich habe dann jahrelang nichts mehr gehört, er ist mir immer eingefallen. Und ich habe ihn dann nach fünf Jahren wieder getroffen auf der Straße. Ich hätte ihn gar nicht erkannt, muss ich sagen. Ein bunter Rollstuhl, ein lockig beharrter junger Mann, der von einem wunderschönen Mädchen, einer jungen Frau, gefahren wird. Und er hat mich angesprochen, Frau Doktor, können Sie sich an mich erinnern? Ich bin der, der gesprungen ist. Naja, da habe ich viele, die gesprungen sind, die ich im Unfallspital betreue. Aber er hat mir das so freudig erzählt. Das ist meine Frau. Wir haben schon ein Kind und sie wissen ja, wie sehr ich gehadert habe mit meinem Leben. Und ich bin so froh, dass ich überlebt habe. Ich bin so froh, dass wir diese Gespräche geführt haben. Ich habe einen guten Weg im Leben gefunden. Das war so schön, das zu hören. Und das hat auch lang gedauert, hat er mir erzählt. All die, die zuhören und jetzt zweifeln, dass es so etwas gibt, das gibt es. Neuanfang gibt es, wenn man das Alte loslassen kann. Aber nicht, dass man das Alte mit Druck erhalten will und den anderen zwingt, bei einem zu bleiben. Das war eine schöne Geschichte für mich, die ich durch diesen jungen Mann, den ich da behandelt habe, erlebt habe. Und der mich dann später angesprochen hat. Ich wollte sie mit Ihnen teilen. Wenn Sie wollen, dass mehrere solche Geschichten andere auch hören, dann bitte abonnieren Sie meinen Kanal und sagen Sie es Ihren Freunden und Bekannten, dass ich solche Videos mache.